21.42 Uhr Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. True. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Alles klar. Scotch? Ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Hast du im Studio das Licht angelassen? Oh oh. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ruft die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Nein, wieso sollten wir das tun? Markus, nein. Ich begleite dich. Na klar. Natürlich. Natürlich. Wenn wir schon Androiden haben, warum nicht selber gehen? Weißt du? Warum soll das tun? Hm. Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen wahnsinnig Preise für den Scheiß. Fass ihn nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf meine Erbe. Markus, der soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Hm. Jetzt kommen wieder Kommandos, ne? Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum, Dad? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das reicht jetzt. Raus hier. Sofort. Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Na los, zeig, was du kannst. Hm. Rap-Mode? Du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Lass mich selbst entscheiden. Hm-hmm-hmm. Und wenn ich das nicht will? Oh, stimmt ja. Ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein Scheißklumpen. Plastik! Nichts, Leo! Lass ihn in Ruhe! Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts! Hm, die Gier der Menschen, ne? Sind schwache Maschinen. Carl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch! Nicht sterben! Warum weint der? Markus, lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein, nein, Dad! Nein, bitte! Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Der Android. Das war der Android. What the hell? Ohne dich wäre das nicht wert. Deinecode. Hey, du bist alles versetzt. Ich suche da. Auch da. Schreie, du bist everything.